heute winkt der klassenerhalt buschi ja dafür muss ein punkt her sie haben es selbst in der hand ich bin ein bisschen farmbind nein rot-grün schlecht habe ich ja ja hatte es unterbrochen es gibt einwurf ich muss mich da nur ganz 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 dringend stark konzentrieren chance zur führung man schuck das gibt jetzt abstoß die außen mittelfeldspieler bisschen außen bleiben sie bieten sich an wir haben schwacher ball hier mitte wieder mitte chance zur führung kein gutes timing deshalb ist abseits gelaufen klasse seitenwechsel schöne aktion ja guter pass und da ist doch ich will jetzt mal wieder weg früh wird da jetzt gestört schön stecken da passt er auf ball geklärt gutes auge vom assistenten abseits immer recht mit dem ball immer alles anbieten rechts verteidiger geht gut dazwischen weg ist der ball auch das ist keiner von uns ich dachte das wäre unser es gibt freistoß und das könnte gefährlich werden das könnte die führung werden hier bei diesem freistoß ähm Mike gehst du außen kurz gespielt jetzt gibt's abstoß super aktion gut geklärt manchukic hinten so kommen wenn du kannst ich bin da hinten hinter dir gewesen jetzt auf dem flügel ist jetzt platz jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr dort gut gemacht nur mit der ruhe das sieht schon besser aus witzel rückpasst zum tor nicht zurück nicht drücken nicht drücken das könnte die führung geben hohe ball weg da schießt er immer das gleiche was für ein rückschlag davon müssen sie sich jetzt schnellstmöglich erholen aber sie brauchen doch nur einen punkt für den klassenerhalt es ist alles alles ist noch drin und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig fahrt aufnehmen sie müssen schneller spielen dann könnten sie die defensive überraschen da geht auf nummer sicher zurück zum torhüter gerard es gibt einwurf der ball ist im haus das ist gut sie unterstützen den ballführenden spieler eto gerard so situation bereinigt er pfeift das wohl nicht ab sondern gibt vorteil sehr gut gemacht von vorteilischen und jetzt haben sie den ball und jetzt der schuss der passt nix zu halten hier mit diesem gegentor ist der klassenerhalt natürlich jetzt in weite ferne gerückt und man spürt wie dieser treffer das team geschockt hat jetzt wird es ganz schwer schaut doch gut aus es steht 2 zu 0 bisher spielen sie hier ohne große probleme vielleicht mal besser manchukic was hast du jetzt gesagt ich muss mich mal konzentrieren fängt diesen ball ab ach so ich hab verstanden ich muss mich mal konzentrieren da ist platz eine reingabe das war gefährlicher aus aber der ball ist das war weg das war wir fangen bis zum ersten tor fange dann stehen wir in ordnung etwas überraschend der spielverlauf aber jetzt ist erstmal pause beruhigender vorsprung zur pause wer hat das jetzt gesagt swan oder philip super ich das stelle mal oh rie Musik Durchgang 2 läuft Sie kommen über den Flügel Die Defensive steht Das frühe Pressing jetzt Sie haben den Ball erobert Das ist Schluss Kein Zweifel, das ist Freistoß Da rutscht er ihm aber ziemlich rein Da kann er sich über die Entscheidung des Rundparteischen nicht beschweren Da gibt es kein Verton Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung Gut vom Schiedsrichter Er ermahnt den Spieler anstatt gleich die Karte zu zeigen Und wir sehen Kommunikation ist wichtig auf dem Platz Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen Und da ist der Ball wieder weg Keine Diskussion Berechtigt der Freistoß hier Sie haben Platz Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden Manchukic Klasse Pass Nicht so einfach hier Er versucht den Heber Da ist er drin Ein tolles Tor Zumindest eine der heutigen Unordnungsspiel Ganz feine Technik bei diesem Lupfer hier Das kann man wohl sagen Ein wirklich tolles Tor 2-1 Hier ist noch alles drin Ach, das ist wieder der Gegner gewesen Etow Toll gemacht Vorbei am Verteidiger Piquet Ganz einfach an den Ball gekommen Da kann er sich den Ball holen Den Ball kann erklären Und das ist natürlich jetzt der Ball wohl Lust Pass auf die Außenbahn Jetzt kann er flanken Da kommt die Flanke Ein unfassbares Tor Jetzt haben sie hier ihr Tor Das ist der Ausgleich Und das könnte der wichtigste Treffer der Saison gewesen sein Aktuell Verhindern sie den Abstieg Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich Zum 2 zu 2 Schönes Zuspiel Gute Möglichkeit Aber abgefiffen Die Fahne ist oben Angelo Bist du Abwehrchef? Du musst zu viert reden Nicht nur einer Mit einem Das gibt einen Eckball Kurze Ecke Jetzt Flanke Jetzt Was für eine Chance Wenn er die Wiederholung sieht Dann will er sich noch mehr ärgern Ja das glaube ich auch Da kommt der Eckball klasse rein Und dann kann man schon erwarten Dass er diese Möglichkeit besser nutzt Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren Schön Etow Verlänger Verlangsame Jetzt Nicht nur Vielversprechender Angriff Aber dann kommt doch noch einer dazwischen Ähm Ingo Toller Pass Auf Außen ist Platz Hier kommt Die Flanke fängt da ab Sehr gut gemacht Ach Philipp ich wollte mich Rückraum anbieten ja Und das ist der Ballverlust Und das ist der Ballverlust Da zieht er ab Zur Ecke abgewehrt Ja Irgendwann muss bisschen defensiver bleiben Die Ecke kommt rein Den Ball hat er Ganz souverän Weil du bist voll leise Wirklich Schon sehr wenig von dem Ich weiß nicht Der Druck dürfte in diesem Moment immens sein Buschi Ach das ist so eng Wenn sie den Abstieg hier vermeiden wollen Dürfen sie kein Tor mehr passieren Sie brauchen diesen einen Punkt Da ist kein Absatz ne Vergiss das nicht Zehn Minuten sind auch zu absolvieren Tolles zu spiel Guter steifers Ball draußen gibt abstoß Schöne dazwischen gegangen Ballverlust Klasse pass Ganz souverän hier vom Torhüter Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen Wieder ein guter Pass von ihm Nicht das erste Mal heute Ein enges Ding bis hierhin Und noch ein paar Minuten zu spielen Guter Pass Jetzt haben sie den Ball Können sie jetzt den Angriff einleiten Ach alter die an Ball Ich krieg da nicht Geht gut dazwischen Weg ist der Ball Ich hau den Ball lang Der Ball spielt er raus Gerard Herreingabe geht's Alter ZOM bitte Sehr guter Einsatz Drei Minuten Nachspielzeit Sind hier jetzt angezeigt Das Spiel ist gleich vorbei Aber sie bekommen noch die Chance Damit könnten sie gewinnen Piquet Eto Oh 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 Nein Kein Sieger im heutigen Spiel Das ganze hier Wir beenden Zwei Sieg Wir haben Wir werden Weizen Zwei Viele Zwei 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 Okay, boy.